Oh, da kommt eine Zwischensequenz. Ja, da sind wohl alle vereist. Oh, man. Ja, das Ding werft die Dinger ab, eindeutig. Oh. 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 Prophet? Yeah. Auf jeden Fall, mein Freund. Was ist denn der für eine Waffe? Durchhalten, Junge! Nämlich aber die hier. Die da noch mehr von den Skars. Skars sind nämlich toll. Oh Gott, du kriegst das schon hin. Oh, die haben wir da. Da sind noch mehr von denen. Vorwärts, Nomet, holen wir sie uns. Das ist doch weg hier. Mein Anzug hat eine Fehlfunktion, die in Temperatur sinkt. Wenn ich hier nicht schnell verschwinde, erfriere ich. Okay, das heißt, ich muss ihn wohl retten. Ich habe hier eine ihrer Waffen. Nehmen Sie sie. Wie haben Sie es zum Laufen gekriegt? Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Erst wenn wir sie zusammengefleckt haben. Ja, muss ich doch lieber. Ich erfriere. Brauche eine Wärmequelle. Oh, unendlich Schiss. Halten Sie durch, Profit. Ich bringe uns hier raus. Mehr ist gar. Ich muss jetzt echt jetzt hier mal Feuer finden. Ich muss jetzt mal die Munition hier aufbauen. Alles nicht. Das ist ein Alien. Nee. Nee, ich möchte jetzt gar. Jawohl. Nein, 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 nein. Jetzt. Ach komm, scheiß drauf jetzt. Weiter geht's. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Der Anzug hat eine Fehlfunktion. Die Innen-Temperatur sinkt. Wenn ich hier nicht schnell verschwinde, erfuriere ich. Ich habe hier eine Ihrer Waffen. Nehmen Sie sie. Wie haben Sie es zum Laufen gekriegt? Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Erst wenn wir Sie zusammengefleckt haben. So, okay. Ich gehe in den Krupp. Mein Anzug hält nicht mehr lange durch. Hören Sie durch, Professor. Ich bringe Sie noch. So ein Hammer, das hier ist. Ah, fuck. Ich habe schon wieder vergessen, von den Dingern wegzugehen. Ja, 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 ja. Ich muss mich jetzt hier mal beeilen. Wenn ich hier nicht schnell verschwinde, erfuriere ich. Ich habe hier eine Ihrer Waffen. Nehmen Sie sie. Wie haben Sie es zum Laufen gekriegt? Das erkläre ich Ihnen später. Wir müssen uns sammeln und weitermachen. Blablablabla. So, und jetzt aber? Ich gehe in den Krupp. Mein Anzug hält nicht mehr lange durch. Hören Sie durch, Professor. Ich bringe uns hier raus. Oh, okay. 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 Das Summa Prophet muss ich hier irgendwo... Oh, okay. Jetzt nicht abrieren. Oh, okay. Weg, hier. Ja. Oh man, oh man, oh man. Oh. Da hinten ist Feuer. Komm, Profit. Wow. Wow, scheiße. Da, steht da. Anzug hat auch eine halbe Fehlfunktion. So, komm, wärm dich aus. Fahr rüber, mein Anzug verliert zu viel Energie. Nomad, helfen Sie mir, ich schaff's nicht. Geben Sie mir Deckung, ich muss regenerieren. Ja, also, mach doch. Da oben fliegen schon die Viecher rum. Aufmerksamkeit werde ich nicht auf die Locken kommen jetzt, aber weiter. Da drüben ist das nächste Feuer. Das ist natürlich grad ein extrem schlechter Punkt. Nächste Feuer. Ja, ich gehe in Deckung, halten Sie mir den Rücken frei. Ich verfehle, brauche eine Wärmequette. Meine, komm da her, du Depp. Oh man, oh man. Geben Sie mir Deckung. Ja. Klar, dass ich gegen so'n Scheiß hin kämpfen muss. Ist das kaputt, oder was? Na, halten die vielleicht nicht so viel aus. Oh, die Waffe ist einfach immer gut. Komm, weiter geht's. Mein Anzug verliert Energie. Geben Sie mir Deckung. Mal schnell weiter. Ja, wir sind doch überall zufällig im richtigen Abstand positioniert. Mein Anzug verliert Energie. Wir müssen in Deckung gehen. Oh. Oh. Halten Sie sie auf. Das explodiert bestimmt jetzt auch gleich. Oh. Gut, leider wäre genug. Komm, weiter geht's. Mann, 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 Mann. Mal so'n Viech. Die Brücke. Wir müssen über die Brücke. Über die Brücke. Die Brücke. Über die Brücke. Ich verfehle. Ich brauche eine Wärmequette. Ja, wieso geht es nicht mehr nach jetzt? Damage. Komm, weiter geht's jetzt. Ja, ist ja gut. Ich kann auch nicht schneller machen. Mann, Mann, Mann. Da drüben ist Feuer. Helikopter. Oh, Mann. Komm mal her. Darüber. Mein Anzug verliert zu viel Energie. Zwischenspeichern. Komm. Ja, wir haben halt einen Stärkenmodus hier die ganze Zeit rumtollt. Muss ich da nicht wundern, ne? Noch mal so'n Feuer. Oh, Mann. Verdammter Mist. Sehen Sie sich das an? Wow. Sie kommen! Gehen wir! Los! Nomad, kommen Sie! Schnell! Komm hin. Stopp. Er rennt schon vor. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Beeilung nun mit! Über die Brücke! Er war ja schon. Ich erfriere. Auch eine Wärmequelle. Halt's Maul. Puh. Freunde, Freunde, Freunde. Exodus. Oh, Mann. Oh, Mann. Hammerhart. Oh, Mann. Hammerhart. Sind Sie das Raptor-Team? Was davon übrig ist? Strickland hat Sie schon angekündigt. Wir hätten nicht gedacht, dass Sie es schaffen. Haben Sie einen meiner Jungs gesehen? Da drin ist es 200 Grad kalt. Da lebt nichts mehr. Zumindest nichts Menschliches. Was ist da drin los? Was sind das für Teile? Wüsste ich auch gern. Wo ist Ihr CEO? Sergeant Keegan, er ist da drin. Keine Dokumentation. Wir sind überrannt. Endlich eine sofortige Exploration. Hier unten ist die Hölle los, Sergeant. Wir können nicht noch einen Vogel riskieren. Wir müssen unsere Verbundenen ausfliegen. Stoßen Sie durch das Tal zum Evakuierungslager vor. Verstanden, Major. Jetzt? Schön, Sie zu sehen, meine Herren. Wir sind wohl auf uns gestellt. So eine Hightech-Rüstung wäre toll gewesen, als das Eis kam. Ich habe Befehl, diese Männer zum Evakuierungslager zu bringen. Die Insel wird geräumt! Sir, noch mehr feindliche Einheiten! Stellung in erhalten! Oh Mann, was zum Teufel sind das, Herr Dinger! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht gerade weiter. Oh Mann, da bin ich auch schon tot. Oh Mann, da bin ich auch schon tot. Aber das müsste ja hier die Sphäre sein. Deswegen kommen wir da nicht durch. Richtige Nebelwand. Wo steht jetzt noch mehr? Da drüben? Ich komme schon, ich komme schon. Ard Prophet macht das schon alles nieder. Wo denn? Ah, hier oben. Der werft immer noch mehr. Oh eh. Ah, verlenkt doch. Wow, 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 wow. So klar, das ist doch schon richtig vereist hier. So klar, das ist doch schon richtig vereist hier. So klar, das stimmt doch mal. Irgendwie gegen Kracht oder was? War weg, 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 weg. Ich guck's auch noch an, ich steppe. Jetzt stirbt doch. Oh, das sind jetzt alle. Okay, wir rücken euch das Tal ab. Womit, alle Mann raus. Gehen wir, gehen wir. Komm. Ich komm' ja schon, ich komm' ja schon. Nach hinten? Wow. Das wäre jetzt lustig. Okay, ich bin ja mal gespannt. Ich glaube, der Cheater hat schon, Cheap, hat schon genommen. Was will. Zeit auf 2 Uhr. Das will. Stab, wo der Zeiger nach vorne zeigt. Okay, also wie kann man wenigstens auch durch ein normaler Magazin killen? An alle Einheiten, hier wart ihr vor, wir haben Tankos im Land. Ich kann sie nicht abschütteln. Verdammt, stehen unter Beschuss. Ich kann das Ding nicht abschütteln. Treffer, ich bin getroffen. Wir stotzen ab. Moment, wir haben hier ein Signal aus dem abgestürzten Senkrechtstabland. Lieutenant, stellen Sie es durch. Mayday, Mayday, hört mich jemand? Ich bin Helena Rosendahl. Sie sind wieder abgestürzt. Ich glaube, der Pilot ist tot. Schwingen Sie Ihren Hintern zur Absturzstelle Nummer. Rieson möchte, dass wir die Zivilistin da rausholen. Ich schicke Ihnen eine Maschine, die sie abholt. Ja, ich seh's ja schon. Wow. Da ist die Absturzstelle, gehen wir! Wow. Hier haben wir ganz bestimmt nicht lang. Wie lang soll ich da gehen? Au, au, au. Es war ja klar, dass es passiert. Ach, Mann, ey. Wie will ich denn da rüberkommen? Na gut, dann sehen wir das jetzt alles nochmal. 12 Uhr heißt es jetzt. Yeah. Dann krieg ich's nicht tot. Oh. Oh. Weiter, weiter. Ich kann sie nicht abschütteln. Ich kann das Ding nicht abschütteln. Treffer, ich bin getroffen. Wir stopfen ab. Oh, aber auch der Cheap. Nomad, wir haben hier ein Signal aus dem abgestürzten Senkrechtstarter. Lieutenant, stellen Sie's durch. Mayday, Mayday. Hört mich jemand. Ich bin Helena Rosenthal. Hallo, Herr Schöpfer. Sie ist abgestürzt. Sie sind ja in der Holz. Schwingen Sie Ihren Hintern zur Absturzstelle, Nomad. J-Sog möchte, dass wir die Zivilistin da rausholen. Ich schicke Ihnen eine Maschine, die sie abholt. Alles klar. So, jetzt müssen wir schon speichern. Geht nicht. Geht nicht. Da ist die Absturzstelle. Gehen wir. Jetzt aber. So, wie komm ich jetzt da rüber? So, jetzt aber. Zack. Hau. Jäger. Und Sammler. Weiter geht's hier. So, aber liebe Leute, ich mach jetzt. Oh, immer noch keine Aufnahmepause. Schnell. Das sind noch mehr von denen. Bleiben Sie ruhig, Helena. Wir holen Sie da raus. Jetzt aber eine Aufnahmepause. So, und dann sehen wir uns, wie wir Helena aus den Klauen dieser Monster befreien. Und, ja. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Oder bis gleich. Oder, 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 oder. Ich mach nur eine Aufnahmepause. Es geht auf jeden Fall weiter. Ciao. Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich...